Professor Bouillon, Anthony de Chassé, hat es zu Lebenszeiten eher schwer gehabt im akademischen Bereich. Es gab wenige Leute, die seine Bücher gelesen haben und das war eine eingeschworene Gemeinschaft, die er zu ihm gehalten hat, aber darüber hinaus war es schwierig, seine Ideen zu verbreiten. Beginnen wir einmal damit, dass sich das jetzt geändert hat. Er soll erscheinen nach seinem Tod mehrere Bücher, auf Deutsch, sie haben herausgegeben sein Hauptwerk, den Staat, auch übersetzt, glaube ich. Und er freut sich jetzt zunehmender Beliebtheit, weil endlich verstanden wird, wie bedeutend er ist als Denker des Liberalismus. Wie glauben Sie, warum kommt er jetzt so an? Ja, manche Dinge brauchen ja eine gewisse Weile und auch der Erfolg von Personen, die den Erfolg verdient haben. Vielleicht um den ersten Teil Ihrer Frage aufzugreifen, er hat wohl auch mitbekommen, dass sich etwas tut. Die Geschichte beginnt ja, wenn wir einige Etappen einmal fest floggen wollen. Mit James Buchan, der ihn in gewisser Weise entdeckt hat, auf einen gewissen Tipp hin, hat er das Buch »The State« gelesen und hat er gleich gemerkt, da hat er eine Perle gefunden unter den vielen Büchern, die ihm angetragen wurden und hat dann den Kontakt gesucht, der über Ian Little, den früheren Lehrer von Tony de Jersey, dann auch so zustande kam. Und man kam dann in Kontakt, hat ihn eingeladen und hat gemerkt, da spricht man sozusagen auf derselben Ebene. Es gab einige Schwierigkeiten auch zu Beginn, das muss man sagen, er wählt ja einen ganz bestimmten Ansatz. Das Buch »Der Staat« haben Sie ja erwähnt, da geht es ihm darum, zu erklären, wie der Staat sich verhält, wenn man ihm unterstellt, eine Person zu sein. Das ist ein Ansatz, der mit dem methodologischen Individualismus, der normalerweise in unseren Kreisen gepflegt wird, nicht einhergeht. Das hatte eine gewisse Schwierigkeit bedeutet, hat aber nicht sozusagen den Siegeslauf dann gebremst, der langsam sich anbarte. Man erkannte, hier hat jemand komplementäre Erklärungsansätze zu Phänomenen, die James Buchan auf seine Weise beispielsweise erfasst und erklärt hat oder Friedrich August von Hayek und andere, die sich ja mit ähnlichen Themen wie soziale Gerechtigkeit und dergleichen befasst haben und warum der Staat so wächst, wie er es tut und letzten Endes dann zum Nachteil der Werte, die uns ja am Herzen liegen, individuelle Freiheit, Schutz von Eigentumsrechten und dergleichen mehr. Und dann hat sich eben in der Gemeinschaft herumgesprochen, dass man aus dem, was er an Korpus entwickelt hat, etwas tun kann. Und er hat gleichzeitig auch seine Ideen immer wieder verfeinert, das muss man sehen. Er sagte das gelegentlich, also heute will ich das lieber so darstellen, weil im Gespräch merken Sie, dass vielleicht das ein oder andere Argument nachgereicht werden muss, um die Position zu verdeutlichen. Und das war dann ein Wachstumsprozess, ein Heranwachsen. Auf der einen Seite die Gemeinschaft, die erkannt hat, da ist etwas, da gehört einer zu uns, den müssen wir auch entsprechend platzieren. Das ist immer schwer, wenn Sie nicht den offiziellen akademischen Weg wählen. Den hat er ja auch nicht gewählt. Das begann damit, dass er zunächst einmal dann lange Zeit ja in Australien lebend dann sich in England platzieren konnte mit einem Stipendium. Aber dann hat die Karriere nicht den Weg genommen, den er sich gewünscht hat. Er wich dann aus, ist so weit je geworden, hat sich ein Vermögen erworben, teilweise allerdings auch gravierend wieder verloren, aber nie das Interesse an der Materie selbst. Das hat dann dazu geführt, dass er irgendwann mit dem Buch Der Staat, jetzt nennen wir es 1984, herausgekommen, dann eben etwas vorgelegt hat, das Gewicht hatte und den Weg dann geebnet hat, den ich kurz versuchte zu skizzieren. Das ist aber auch, glaube ich, das einzige Werk, das, sagen wir mal, den Anspruch einer abgeschlossenen, systematischen Untersuchung hat. Sonst hat er ja sein Werk vorgelegt in unzähligen Essays und Stellungnahmen und so weiter. Man könnte sagen, dass es einen gewissen fragmentarischen Charakter aufgrund dessen auch bekommen hat. Andererseits sind aber gerade diese Essays die Möglichkeit gewesen, das so weiterzudenken, ohne gezwungen zu sein, Systematisierungen vorzunehmen, die er noch nicht oder vielleicht gar nicht schaffen wollte. Das mag sein. Das ist etwas, was dann nicht ganz frei von Spekulationen bleibt letzten Endes. Was war die weitere Absicht mit den entsprechenden Essays? Das waren jeweils Auftragsarbeiten und immer wieder Anregungen gewesen, die dazu geführt haben, etwas in pointierter Form zu formulieren, dass sie bestimmte Autoren aufgreifen und anhand dessen, was sie gesagt haben, zeigen, warum bestimmte Ideen so nicht funktionieren, wie sie angedacht waren. Er hat immer die Grundideen angegriffen. Er hat mit sehr vielen Personen, das nun Mill war oder moderner wie Rawls, aufgeräumt in einer erschreckenden Weise für viele. Ich kann mich an viele kritische Stimmen erinnern, die gesagt haben, das kann man doch nicht machen. Man kann doch jemanden wie Rawls nicht mit drei, vier Seiten einfach mal so abhandeln. Das ist zu wenig. Das hat ihn nicht gestört. Und ich glaube, das hat auch einen Teil der Faszination ausgemacht, die ihm dann später entgegengebracht wurde, dass jemand eben diese, man will vielleicht sagen, fast unverschämte Art hat, aber das auf eine noble Art und Weise, also der Humor ist ja nicht zu unterschätzen, der zwischen seinen Zeilen immer wieder aufblitzt. Es war nie verletzend. Aber wenn Sie es gelesen haben, saß natürlich der Stich sehr tief. Naja, also es gab schon Stellen drinnen, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Kritisierten sich also ein bisschen da auf den Schlips gebeten sind. Das kann man durchaus sagen, ja. Wenn Sie so versuchen würden, in fünf Sätzen zusammenzufassen, worin seine Bedeutung besteht, was würde Ihnen als erstes einfallen? Eine sehr undankbare Aufgabe zunächst einmal. Aber es sind vor allem die Ansätze. Was in der liberalen Tradition ja einen gewissen Stellenwert hat, ist die Grundannahme, das mit Eigentum spielt ja eine sehr große Rolle, dass zunächst einmal alles Gemeineigentum ist und dass wir dann darüber zu reden haben, wie es zu Aneignungen von Individualeigentum kommt. Und er beginnt mit einem ganz anderen Ansatz. Es ist nicht so, dass wir, wenn wir Eigentum nicht zuordnen können, zu Personen anzunehmen haben, das sei Gemeineigentum, das sind freie Güter. Und daraus entwickelt sich etwas ganz anderes. Sie können, ich hatte das mal versucht in einem Aufsatz, let loose of lock, darzustellen, Sie kommen zu einer riesigen Menge an logischen Implikationen, wenn Sie von diesem Punkt anfangen. Und das zeigt sich in seinem meines Erachtens stärksten Argument, einem Asymmetrie-Argument. Dass er sagt, wenn wir davon ausgehen, die Güter sind alle frei, noch nicht angeeignet, dann ist natürlich der Erste, der kommt, the early bird, derjenige, der gegen nichts verstößt. Er nimmt niemandem etwas weg. Also, um es in relativen Begriffen zu sagen, er mutet nicht anderen etwas zu, was er sich nicht auch selbst zumuten würde. Wenn nun ein Weiterer kommt und verlangt, du hast diese Option durch Glück beispielsweise früher wahrnehmen können als ich, also musst du mir etwas zurückgeben, dann verlangt er etwas Asymmetrisches. Er verlangt, in diesem Fall würde ich beispielsweise von Ihnen verlangen, lieber Schwarz, geben Sie mir etwas, Sie waren der Erste heute Morgen, dass ich von mir nicht verlangen würde. Ich würde nicht verlangen, dass meine Position, was das Eigentum angeht, sich verschlechtert, aber von Ihnen. Sie müssen etwas abgeben von etwas, das zum Zeitpunkt des Erwerbs vollkommen unproblematisch war. Das sieht zunächst einmal wie ein sehr schwaches Argument aus. Manche haben auch zaghaft, ich kann mich an einige Diskussionen erinnern, gesagt, das kann es ja nicht alleine sein. Im Vergleich zu dem, was im Naturrecht beispielsweise dann behauptet wird, es gibt Naturrechte auf Eigentum und die Verteilung oder individuelle Aneignung folgt auch ganz bestimmten Regeln, die wir festklopfen können. Im Vergleich dazu sieht es so aus, aber das starke Argument von seiner Seite ist, was heißt letzten Endes eine naturrechtliche Annahme. Wir können eine setzen, aber andere können ebenfalls eine setzen und da kommen wir auf diesem Wege nicht weiter. Es bleibt also sehr wenig und da war sein Vertrauen eben in dieses Asymmetrie-Argument, das zunächst sehr unscheinbar ist. Aber, und das sollte man sagen, im Vergleich zu dem, was man hat, eigentlich das Beste ist. Und das macht letzten Endes den Verdienst aus, aber den heraus zu kristallisieren, fällt nicht sehr leicht. Sie merken ja auch, ich tue mir auch etwas schwer damit, das herauszuschälen, weil es eben doch so wie ein zaghaftes Pflänzchen aussieht. Aber es ist der gravierende Unterschied, es ist die Wasserscheide im Liberalismus und der hat eine solche Wasserscheide gesetzt. Ich glaube, das wird man auf Dauer ihm immer wieder hoch anrechnen müssen. Das heißt, es gibt einen Discher See, After Discher See. Ich hoffe, ich hoffe es, denn er hätte es sicherlich verdient. Sie haben ja immer gewisse Schwergewichte in der Diskussion, einige werden dann irgendwann schnell aussortiert. Ich glaube, er gehört nicht dazu, aber das ist eine Sache, die die Zukunft zu entscheiden hat. Vielen Dank. Sehr gerne.